Herzlich Willkommen auf dem Messestand der Firma Jäger. Wir haben als Neuheiten ein fugenloses Böden- und Bädersystem. Damit können wir in den direkten Nassbereich reingehen und haben damit individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Dieses ganze System ist auf Mikrozementbasis ein 2K-System, was dann später mit 2K-PU-Siegel versiegelt wird. Als zweite Neuheit haben wir unser Anti-Rutsch-System. Ein komplett neuer Baustein, wo wir auf das Thema Sicherheit mal eingehen wollen. Zum einen haben wir eine Bodenbeschichtung, wo wir eher die Rutschhemmklasse R11 erzeugen können. Aber auch gleichzeitig noch ein Spray für die kleinen Einsätze. Also quasi Treppenabgänge oder auch Duschwannen und Bäder. Zu diesem Spray haben wir dann noch Schablonen. Diese Schablone ist gedacht für die Treppenstufen, um da Sicherheit gewährleisten zu können. Und diese Schablonen sind optional dann für die Duschtasse. Als weiteres Produkt haben wir auch noch unser Swiss Grip. Das ist eine transparente Beschichtung, wo wir auch im direkten Nassbereich in der Duschzelle eine Rutschhemmung erzeugen können. Dieses ist unser Kalt'sche Agila. Ein Kalk-Lehm-Gemisch, was aktiv vorm Aldehyd abbaut im Innenraum. Auch ganz wichtig heutzutage. Also der ökologische Aspekt steht dort auch ganz klar im Hintergrund. Diese Technik wird mit verschiedensten Schablonen gestaltet, sodass ich eine schöne Vintage-Optik erzielen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bei Interesse, wir sind auf den einschlägigen sozialen Medien auch vertreten. Sowohl auf Instagram, Facebook, aber auch unter www.jägerlacke.de und natürlich auch bei Ihrem Schlau-Partner in der Umgebung erreichbar. Vielen Dank für's Zuschauen.